Was mach ich eigentlich jedes mal für ein intro? Ich weiss es nicht Take me to church Du, ddu, 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 ddu Ich fiick deinen Sack Die M macht da 1 geht mir aufm Sack Das ist so eine 3 Schuss Dreckswaffe Ich glaub ich ne die M ist im C Geile Optik Na tu war schon Na, tu war schon Jetzt hast du dein intro Oh, das war das komische Colette aller Zeiten. Was ist das? Das war ein Colette, Alter. Ich hab noch nicht mal Gegner gesehen. Lega, ich spiel das Spiel das erst mal seit 8 Jahren wieder. Das erste, was du machst, ist ein Colette. Oh, ich hab einfach schon wieder ein Colette gemacht. Machen wir hier nicht den Platz vom Sniper-Gott hier. Ich bin streitig. Ich bin jetzt ein Schnipser-Gott. Oh, Potato Kingdoms holt mich. Mich hat Artic Burrito 25. Eieieiei. Wohin? 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 We are big king. We are big king. We are big whopper. Einer hat uns zu meinem Video kommentiert, dass diese Burrito jetzt in jedem Video dran kommen wird. Klar, nee. Oh, die haben sich übrigens in die Wand gebackt. Ja, ja, ich hab das schon gesehen. Ich hab mich schon gefragt, warum der da? Naja, Artic Burrito und Artic. Ne, wie heißt das andere? Potato Kingdoms sind echt coole Kinder. Die haben es halt schon echt drauf. Ja, die sind richtig gut. Ich wurde schon wieder davon geholt, ja. Ich schieße jetzt aber die ganze Zeit in die Wand rein. Ich hab trotzdem ne Drohne, alter. Cool, jetzt habt ihr ein System Hack. Meine Güte. FFEIH, fickt euch ihr Hacker. Ja, barf dich, prime. Ich würd sagen, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir einfach mal Burger King, oder? Nur um das dann zu sagen. Ah, du kannst kotzt von Burger King, ne? Nein, nein. Ich krieg immer Durchfall von Burger King. Looy. Oh, das sind solche Pussys, ne? Hacker-Pussys? Aktive Hacker-Pussys. Ey, jetzt bin ich droht. Ich will nicht wissen, wie Mond jetzt grad rageen würde, wenn er gegen die spielen würde. Ja, komm, ist klar. Ach, die M-8R-1, geht mir nur noch auf den Sack. Ich glaub, ich bin der MSMC. Oh, Jungs, gönnt euch mal. Ist das eine gediegene Optik. Ich wollte auch den Mösen-Stift. Nein, es ist so geil. Oh, ho, 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 ho. Oh, baby, triple. Oh, baby, is triple. Weapon-Switch? BOOM! BOOM Junge! Voll getroffen! Das ist klar ne! Handy hat doch mal die Schnauze jetzt! Ja eben! Ja gut das hab ich aber! Der First Blood Master! Ah da bin ich tot! Ich hab First Blood sogar! Ich hab auf Tekken gelassen! Und Third Blood! Wilhelm Klamel Bia! Das ist klar! Das ist klar ne! Er boxt mich einfach du scheiße One-Touch Tyro Hure! Du scheiße! Woher weiß das Stück scheiße das? Bojo den hab ich weggeboxt alter! Und weggeboxt den Jungs! Nein! 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 Und weggeschnitzt die Jungs! Arktik Burrito alter du scheiß Glitcher-Fotze! Ich fick deine perfekte... Glitchige Fotze! Glitchige Fotze! Ja natürlich der Quad kommt nicht! Ist ja okay! Die glitchen sich da die ganze Zeit rein! Das ist ja auch so ein Spaß, Alter! Junge spielt das scheiß Spiel normal! Vor mir die ganze Zeit da rumstehen und da hochpacken wollen! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt direkt ihr scheiß Kackbunz Alter! Da stirb! 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 Ich hab' getroffen! Das wollen immer alle auf einem Fleck! Ich hab' immer alle auf einem Fleck! Ich hab' einfach direkt wieder hier! Dann gehen sie wieder dahin! Check das nicht! Gut, gut, gut! Colette mit Treten! Digger! F-E-I-H! Ja! Ja! Young 23 Lion! Deine... Deine Löwenmutter, Alter! Wurde locker schon von sämtlichen afrikanischen Zebras durchgenudelt! Digger! 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 Digger!